Ja, herzlich willkommen! Es freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um die Bindehautentzündung beim Hund. Wir haben in der Tat längere Zeit darüber nachgedacht, ob wir das Video tatsächlich machen, beziehungsweise es auch hochladen, weil Butch hatte das Problem jetzt vor kurzem und dann hat man natürlich andere Sorgen als jetzt mit der Kamera um den Hund rumzusprengen und ihn dabei zu filmen, wie es ihm jetzt nicht gerade sonderlich gut geht. Auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, dass es für den einen oder anderen wirklich eine Hilfestellung sein kann, der das Problem noch nie hatte, dass er weiß, wie kann er sich verhalten zum Thema Erstversorgung. Also aus diesem Grund ist das Video jetzt auch drin und ich hoffe, es bringt dem einen oder anderen was und schaut einfach mal rein. Ich erzähle jetzt ein bisschen was dazu und im Hintergrund seht ihr jetzt den Butch mit seinem Augenproblem. Ja, reden wir mal ganz kurz darüber, was die Bindehaut überhaupt ist. Also die Bindehaut ist so eine feine Schleimhaut und die bettet oder bindet das Auge rundum ein und zieht sich aber auch über die Innenseite des Augenlides. Auf der Bindehaut selbst befinden sich so viele kleine Drüsenzellen und die sorgen eigentlich dafür, dass die Bindehaut permanent mit Feuchtigkeit versorgt wird. Dadurch wirkt sie halt wie so ein, muss man sich vorstellen, wie so ein weiches Wichttuch, das bei jedem Lieschlag Tränenflüssigkeit über die Hornhaut des Auges verteilt. Und das entfernt natürlich zum einen Schmutz und wirkt aber auch so ein bisschen durch den Tränenfilm, der permanent auf dem Auge drauf ist, wie ein Schutzschild, wo zum Beispiel feinste Staubpartikel abprallen oder Keime es schwerer haben, ins Auge einzudringen. Ja, manchmal schaffen sie die Bakterien oder Viren aber doch irgendwie durch und es kommt zu einer Bindehautentzündung. Und das Auge ist eigentlich aus dem Grund gerötet, weil die Blutgefäße im Auge sich weiten, um die Durchblutungssituation zu verbessern. Und dadurch hat das Immunsystem es leichter, sich gegen die Eindringlinge zu wehren. Es gibt aber durchaus noch andere Gründe, die für eine Bindehautentzündung in Frage kommen, wie zum Beispiel, wenn der Hund seinen Schlafplatz im Zug hat, also da, wo der Wind pfeift, oder beim Auto das Fenster zu lange offen gelassen wurde und der Hund im Zug gesessen hat. Aber auch andere Fremdkörper, wie jetzt, sag ich mal, feiner Staub oder Sand, können dafür Sorge tragen, dass eine Bindehautentzündung entsteht, weil diese Fremdkörper bei jedem Lidschlag halt permanent am Auge reiben, was halt auch eine Entzündung provozieren kann. Ja, die Entzündung ruft dann auch die Leukozyten auf den Plan und dadurch sind die Augen eitrig verklebt. Was könnt ihr tun? Also als erstes könnt ihr das Auge mal auf Fremdkörper untersuchen. Solltet ihr einen Fremdkörper entdecken, würde ich keine Experimente machen und direkt zum Arzt fahren und das lieber vom Fachmann machen lassen. Habt ihr keine Fremdkörper gefunden, könnt ihr in Schritt 2 das Auge vorsichtig von Tränenflüssigkeit, vielleicht auch von eitrigem Ausfluss und der Verklebung versuchen zu befreien, indem ihr das Auge vorsichtig reinigt. In Schritt 3 könnt ihr die Luftfeuchtigkeit in der Wohnung erhöhen, indem ihr auf jeden Heizkörper ein Schälchen mit Wasser stellt. Dadurch, dass das Wasser verdampft, erhöht das automatisch die Luftfeuchtigkeit und das ist für die Schleimhäute wesentlich angenehmer. Und als letztes, wenn am nächsten Tag keine Verbesserung erkennbar ist, dann auf jeden Fall direkt zum Arzt fahren. Wenn ihr also bei eurem Hund ein gereiztes Auge festgestellt habt, also gehen wir mal davon aus, es ist leicht geschwollen, es tränt, es ist gerötet, könnt ihr versuchen, erst mal das Auge vorsichtig zu reinigen. Dazu empfiehlt es sich, das mit destilliertem Wasser zu machen oder ihr könnt auch Wasser abkochen, abkühlen lassen und dann mit einem weichen Wattepad. Ja, also... 100% Baumwolle, weich und fusselfrei. Also wichtig, dass es fusselfrei ist, weil wir wollen nicht zusätzlich noch Fremdkörper ins Auge reindrücken und dann kann man versuchen, das Auge vorsichtig zu reinigen. Dazu habe ich euch ein Video gemacht, das seht ihr jetzt, wie ihr das schonend beim Hund machen könnt, ohne dass er sich da gegenwehrt. Wenn ihr das Auge reinigt, seid bitte vorsichtig, nehmt ein Leckerli in die Hand, lasst den Hund an dem Leckerli nuckeln, währenddessen ihr, da ist er beschäftigt, währenddessen ihr dann mit dem Wattepad vorsichtig über das Auge fahrt. Ja, leider gibt es halt die ein oder andere Hunderasse, die von dem Problem häufiger betroffen ist als andere. Dazu zählen die französische Bulldogger, aber auch der Mobs oder der Boxer. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr das Problem gar nicht erst habt. Wenn ihr es haben solltet, hoffe ich, dass das Video hilfreich war. Das war es an dieser Stelle. Ich wünsche euch viel Spaß beim nächsten Video und wünsche euch einen schönen Tag und bleibt gesichert. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.